Starten wir. Wir wollen heute unseren Delicious Berlin Kanal vorstellen, uns beide kurz vorstellen und dann was wir hier auf dem Kanal so vorhaben. Genau, hier sieht man schon, wir haben schon ein paar Videos gedreht heute, von daher sieht es hier schon lustig kunterbunt aus mit vielen Cocktails und so weiter und so fort. Ja, Sebastian, heute ging es um einen schönen Tonic, aber wir haben auch noch viele schöne Themen. Ich bin der Sebastian, habe vor ungefähr zehn Jahren im Jahr 2005 mit dem Passa begonnen, mit einem Zigarren-Online-Handel. Das hat sich dann weiterentwickelt und so sitzen wir seit 2013 in Berlin und experimentieren hier mit vielen Spritosen, mit Wein, mit Zigarren und schönen anderen Genussartikeln. So ist es. Mein Name ist Martin, ich komme eigentlich aus der Design-Branche, war Fotograf, 15 Jahre, bin es natürlich immer noch Fotograf, ist mal sein Leben lang. Ich bin hier bei Delicious Berlin und kümmere mich so, oder mein Steckenpferd ist so Gin und Rum, so die verschiedensten Sachen, aber auch viele Sachen, wenn es ums Mixen geht und Cocktailsachen, das finde ich ganz spannend. Also alles, was mit Aromen zu tun hat, mit Kombinationen zu tun hat. Finde ich, das sind ganz spannende, tolle Dinge. Ansonsten haben wir noch andere schöne Themen, wie auch Mescal beispielsweise, Tequila, Champagner, Wein und eins meiner Steckenpferde ist sicher auch der Whisky. Das heißt, hier auf dem Kanal, wenn es um Whisky geht, werde das meistens wahrscheinlich ich machen. Martin ist eher der Gin-Nerd. Ja, entsprechend gibt es die Videos. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr Vorschläge habt für Videos, die wir drehen sollen, was euch interessiert, immer gerne eine E-Mail schreiben oder uns anderweitig kontaktieren. Könnt ihr auch gerne anrufen oder vorbeikommen bei uns im Ladengeschäft, Pariser Straße 54 in Wilmersdorf. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit den Videos. Genau, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.